Hallo Leute und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Partie in ARMS Man sieht es hier schon, es geht wieder einen neuen Charakter Und ja, eine neue Version gibt es auch, 5.0.0 Wie gesagt, mal wieder mit einem neuen Charakter Und zwar ist es Dr. Coil, oder wie man es auch immer ausspricht Aber ich muss sagen, es sieht richtig geil aus Irgendwie sogar das Geilste als die vorherigen Titelbilder Schon nice Und wir haben wieder ein Partycrash, yeah, endlich hat es mal aktualisiert Ich habe schon drauf gewartet, mehr oder weniger, ja So, und diesmal geht es vom 30.12. bis zum 2.01. Und beide hören auf Oder halt fangen halt an Um 10 Uhr So, wenigstens haben wir aber gute Zeiten Okay, was heißt gute Zeiten? Aber wenigstens halt, dass die Zeit halt gleich bleibt quasi so Gleich bleibt Okay, meine Handbewegungen sind einfach nur richtig dumm Aber okay, nächstes Mal haben wir das Thema Action oder Horrorfilm Da habe ich bis jetzt irgendwie keine Ahnung Wenn ich nehmen könnte Twintel, naja Twintel kann ich irgendwie nicht so gut irgendwie Aber Master Mami ist zwar ein Schwergewicht Aber den kann ich wenigstens noch Aber ich glaube, ich nehme Master Mami Aber mal schauen Ich habe irgendwas von den Buttons Okay Über 1000 Schläge Gar nicht übel Du hast zum ersten Mal an einem Teamkampf teilgenommen Hier dreht sich alles um Kooperation Auf der Wippenbühne hast du in einer Runde 100 Lichtboxen zerstört Und es kommen immer mehr Okay, dankeschön Insgesamt waren es 100 Hey, noch mehr oder was? Du hast 1000 Abends Münzen verdient Ein nettes Taschengeld Dankeschön Dafür habe ich auch nochmal 60 bekommen So, da würde ich sagen Gehen wir gleich hier in den Standardkampf Und Ja Anhand des Trailers Und eigentlich auch hier Weil ich es am Anfang erstmal gerade nicht gecheckt habe Es ist Sie ist weiblich Ja Ich glaube, das kann man aber auch so schon sehen Und Ich habe nochmal Für mich selber nochmal eine kleine Testrunde gemacht Quasi Um Zu Naja Wie sie sich halt so spielt Deswegen Ja Mal Schauen, wie das jetzt in der Aufnahme Wird Also Sagt man es mal so Sie lässt sich etwas komisch steuern Und ich mag den Regenstrom nicht Mit dem kann ich irgendwie nicht umgehen Oder ich mag den allgemein nicht Deswegen nehmen wir mal Maulsperre und Wirbelchack Was eigentlich ganz interesting ist Aber ich finde die Taktik oder so allgemein eigentlich richtig nice Ich hätte nochmal die Information nochmal nachschauen sollen Yeah Nein, geh weg Die lässt sich wirklich etwas komisch spielen Die springt auch nicht so komisch rum Sondern irgendwie Hat wie so eine Art kleinen Jetpack oder so Am Start oder so Aber ja gut Ja Komm Ich konnte auch nicht richtig ausweichen Was soll denn der Scheiß Und schon wieder geht es mir übelst auf den Sack Oh wow Es hat sogar was gebracht Ah ne Es ist wirklich sogar vor kurzer Zeit Äh Unsichtbar Nö Sehe ich nicht ein Ey Mann ey Dieses Grafen Alter Das gibt mir ja übelst auf den Sack Alter die Testrunde lief irgendwie eindeutig besser Alter ist ja gut Ey das geht mir übelst auf den Nerv Ja bin zu Ausgewicht aber macht Sinn Ja geil Natürlich Ja Lauter Aufnahme von vorhin gerade hier Fürs Blattung eine Aufnahme gemacht wurde Und da war ich schon schuldig Alter Jetzt muss ich auch noch abends abfacken Ach komm halt die Klappe ey Ey so unnötig ne Richtig unnötig So bevor es jetzt hier schnell geht Hier Ändere ich mal eine Farbe Aber die sagt irgendwie irgendwas ganz komisches Also so was ich irgendwie nicht verstehe Was weiß ich irgendwas Gegen wen habe ich überhaupt gefeitet Hab ich schon Keine Ahnung mehr Mit denen ich gegen den Silber Hab ich mal überhaupt keinen Bock drauf Aber ja sie ist wirklich etwas komisch zu steuern Sagen muss man so Es ist wirklich etwas komisch Und ähm ja Vor allem die Arms Wie hieß die nochmal Mauersperre oder so Die lassen sich genauso scheiße langsam steuern Wie die äh Lilan Arms Hier von äh Master Mami Die sind genauso komisch Ja Oh ne Muss das jetzt sein Muss das jetzt wirklich sein Ich hab keinen Bock auf solche 3er Matches Ey das ist scheiße Wirklich ey Mag ich immer überhaupt nicht Naja ich werd mal aufs Schirm gehen Auch wenn ich Diese Schirmarmse überhaupt nicht leiten kann Na warte mal Ihr könnt euch ruhig Selbst hier bekämpfen Da hab ich nichts dagegen Ich kann gerne warten So Na komm macht mal Ich mach dann mal später mit Ich bin mal Spectator Na okay Ja ist klar Ja Natürlich Ja ist klar Ey Sowas ist immer Asozial Liegt man gerade auf dem Boden Steht auf Und Und dann wird man Gegrappt Ey 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 Wie schon Wird ich keinen Bock mehr hab Ey Weil mich das alles so ankotzt Ey Mann ey Pack mich doch nicht alle ab Alter Hallo Ne Ne Bleib ruhig Ne Komm Ja Komm Mach mich einfach Tod ey Ich hab kein Bock mehr Teid Oler Ja Ich hab keinen Bock mehr Ist doch in fiber Alla Ich hab noch Hawa Also Verd buddy Wном Es ist doch Wird schon erwähnt, dass hier etwas verstörend ist? Wenn nicht, dann jetzt. Naja, 2 gegen 2. Ach, Volleyball. Naja, naja. Naja. Ne, benutze ich jetzt beide die. Die sind wenigstens auch okay von der Schnelligkeit her. Nein. Ja, ey, was ist das für ein Bedrohung, Mann? Ich habe schon wieder keinen Bock mehr, weil mich das alles abpackt, Mann. Aber ich ziehe das jetzt durch. Danach fasse ich abends eine Weile erstmal wieder nicht an. Oh, ich komme einfach mit der nicht klar. Warum läuft es in der Aufnahme so richtig behindert? Die paar Testrunden, die ich gemacht habe, die lieben sogar sehr gut. Und bei dem ersten Match in der Testrunde hatte ich sogar Glück, dass ich sogar gewonnen habe. Ja, verpisst euch. Ja, mach die ganze Zeit. Mann, ich werde jetzt so hart wagen, Mann. Aber ich kann nicht die ganze Zeit rumwagen wie so ein Assi-Alter. Das ist auch nur dumm. Ich glaube, ich hätte nach der Splatoon-Aufnahme etwas Pause machen sollen und dann später irgendwie abends aufnehmen sollen. Oh, Mann, ey. Headlock Level 4. Ich glaube, das müsste machbar sein. Was ist? Glückspilz. Spezialeist voll. Achso. Ja, ist cool. Aber nicht die ganze Zeit. Ich nehme jetzt einfach beides so. Ja, genau die lilanen hier. Die der eine Max-Best-Jeep hat. Aber die Mucke ist geil von dem Headlock. Das finde ich wenigstens cool. Warum werde ich ein bisschen tapistisch, Junge? Ja, ab's Maul. So, hier. Ja, hallo. Ich habe es nicht umsonst eingesetzt. Wo ist denn der? Ach, da. Ja, klar. Komm. Töte diesen Bastard. Ich will es einfach nur noch hin an mich bringen, ne? Ohne Witz. Ja, ey. Komm, wer pisst dich. Ey. Der fuckt einen übelst ab, ne? Mit seinen scheißbehinderten Arms. Oh. Ne. Wie ist genau der Hazard? Dass meine Kopfhörer immer fast die ganze Zeit rausfallen wollen. Komm, du hast doch so ein bisschen... Verpiss dich jetzt hier. Alter, der will nicht aufgeben, ne? Alter, hallo. Jetzt verp... Alter, das kann nicht sein. Ja, komm ja, endlich. Alter. Die hat nochmal so richtig geschwitzt hat, ne? Das ist alles auf seinen letzten Lebensbalken, ey. Dieser... Alter. Nee. 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 Naja. Nee, 12 Minuten. Das wird ein bisschen zu kurz. Komm. Letzte Runde. Mann. Ich kann mit der irgendwie gerade einfach nicht umgehen. Die lässt sich auf jeden Fall scheiße steuern irgendwie. Warum kann die nicht springen, so wie jeder andere auch? Na, okay, dafür schwebt sie. Deswegen ist das was cooles. Aber dann noch so scheiße langsam, ey. Nein. Ah, fuck. Egal. Ja, das ist ja die Lola-Pop-Stage. Ja, natürlich. Mann, ey, ich hasse Kopfhörer. Ich glaube, ich muss mit dem Headset zocken. Ey, ich habe keinen Bock mehr auf diese Tricksteile. Ja, Behinderung. Dann kann ich ja nichts dafür. Ich lebe einfach nur richtig scheiße. Ja, natürlich. Nee, bleib ruhig. Es ist sowieso gleich vorbei. Ja, ey. Komm, ey. Ey, ich habe... Ja, komm, halt die Klappe. Ich hätte wirklich Pause machen sollen, ne? Alter. Nee, komm, bevor jetzt hier auf der Schnelle Nacht noch irgendwas passiert, gehe ich. Ist mir wirklich zu doof. Ist mir wirklich zu doof, Mann. Ja, tut mir leid, dass ich zu viel gewaged habe, aber... Mann, es regt mich halt einmal auf. Sein erstes Volleyballspiel. Vorsicht, fragst du, ja, herzlichen Glückwunsch. Dafür habe ich nur 10 bekommen. Juckt mich gerade überhaupt nicht. Ja. Ich bin körperlich am Ende. Aber egal. Und trotzdem sage ich... Lasst ein Like da. Und... ein Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt. Falls ihr neu seid. Und vielleicht... das erste Video gerade auf meinem Kanal sieht. Irgendwie auch immer. Aber... Tschau. Nja. 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 Bis zum nächsten Mal.